Aber mein Baby, das war doch unverschämt. Komm ich zu spät? Nein, habe ich noch rechtzeitig. Er muss gleich hier sein. Ist der OP frei? Im Moment sind alle Tische besetzt. Dann bereiten Sie den Tisch im Besprechungsraum vor. Im Besprechungsraum. Ja, haben Sie eine bessere Idee? Wie sieht es aus? Geht jeden Moment los. Ja, was ist? Worauf warten Sie? Bereiten Sie den Tisch vor? Ja. Oh Mann. Wir haben doch nicht das richtige Besteck. Prosciutto, salami, funghi, cosa nostra pizza. Gott sei Dank. Sie ist schon geschnitten. Se bastasse una bella canzone, la canterei per voi.